Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Maschum und Adioi Boah geil, alle in einer Hütte starten Boah geil, keiner sagt was Hallo, wir haben doch was gesagt Wir spielen heute zu dritt und zwar random also gegen random killer Ich hab komischerweise fucking 30 FPS, was ist da los Boah geil, ich hab Nila Hilfekasten Sunnykasten Ja man Wieso hab ich so wenig FPS Ich muss auf jeden Fall hier durchkommen jetzt Ich hab nen gelben Sunnykasten Wow Alter, das leckt grad bei mir Okay, ich gucke mal ganz kurz Hört ihr mich eigentlich noch? Ja, der hört mich, alles sogar ganz gut Ich stelle mal die Auflösung ein wenig runter Ist das besser? Oh Gott Hier ist alles normal, Alter Hilf mal hier Ich weiß nicht warum ich so wenig FPS habe I don't know Jetzt hab ich 60 Strange Keine Ahnung Keine Ahnung Gehen wir alle zusammen hin oder wie? Würde ich mal sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen Ich glaube, so kann man am besten die Kollegen ablenken Und wieder düsten Roboterpader Ja Ja Unser Kollege macht den Haken Weiß Der Killer APK Ich würd mal vermuten, das ist Trapper Der legt aber ständig drüben den ganzen Fall hin Ja, denk ich Ja, der kann auch nicht einmal hier hin bis jetzt Schon dumm Oh shit Oh Michael Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er Da ist er, da ist er Ich will doch was Alter, ich lege ohne Ende Ja, der verfolgt dich Der sieht dich Der verfolgt dich gerade Ach shit ey Ich mach den nächsten Generator Und hab ihn versaut Shit Kriegt man zur Palette Kriegt man zur Palette Kriegt man zur Palette Nein, nimmt er Ja, er hat nicht Da wo ist der Haken Soll ich mir weggehen? Ach komm ich machs Ja, da ist direkt der Keller unten Ehm, okay, da kann ich mir im Prinzip sparen ey Ich spars mir einfach Ach komm ich machs Okay, ich bin im Keller Ja Ich mach den Jenny fertig direkt vor Ort Dann kommt die hin Ich bin gleich auch bei ihm Mhm Dann mach ich fertig Dann kommt der vielleicht hin Lass das mal mit dem Fluchsversuch ne Ja, ja Wo ist er hin? Ah, da steht er, er steht da Ja, er schaut zu dir Adi Ja, ja, ich sehs Er ist in meiner Nähe hier Aber der Lenk ihn ab Lenk ihn ab Er geht Zurück Er geht zurück Fuck Er kommt runter Ich geh zuerst Ich geh zuerst Ich geh zuerst Genau Vielleicht steckt er dich zuerst Komm her Nein, er macht nix Ne, er will nicht Er will unbedingt unten den Pader haben Pader nein Alter, was? Alter, fick dich doch Er hol dich Lauf weg Lauf weg Er hol dich Er kriegt mich eh nicht Ja, er geht jetzt runter und hängt dich auf Er hol mich jetzt wieder drauf Mann What the f... Gut, Wiggen kann ich mir eh sparen Von daher Willst du, ähm Nochmal retten Pader Oder willst du Jen machen? Weil ich bin auch hier Weil er wird sehr wahrscheinlich wieder Pader umklatschen Ich muss jetzt kämpfen Ich muss jetzt kämpfen Ja Ja, komm Ich bin down Was? Ich hab doch gedrückt Was? Äh, null Hä? Ich hab gedrückt eigentlich Der läuft da rum Der läuft da rum Der läuft da rum What the f... Er ist weggegangen, okay Er ist Richtung Map Mitte gelaufen Okay Schau jetzt mal euch zu Ich hab keine Ahnung Was jetzt bei dir los war Ding, John Ring Maschrum Ich muss hier unbedingt raus Ich hab einen geilen Sonicasten, Mann Hast du heute denn schon Generell irgendwie bisschen was gespielt Wegen den FPS jetzt meine ich Äh, Resi hab ich aufgenommen eben, ja Da war auch alles gut, ne? Da war alles gut Und jetzt konzentrieren bitte Also falls du sterben solltest Keine Säurigchen Dein Kid mit raus, ne? Ja, jetzt krieg ich schon Jetzt hab ich mir seh Oh oh Scheiße Er ist jetzt offenbar Lauf, 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 lauf Er kommt zu mir Er kommt zu mir Ja, er hat mich Ja, er hat mich Ja, er hat mich Aber er steht da noch Ich krieg zu einer Palette Aber wir das irgendwie noch ein bisschen herauszuzögern Ja Bleib bei der Palette, bleib bei der Palette Ich bin, er bin bei der Palette Vor der Palette, vor der Palette Er hat schon, er hat schon Ja, ne, ne, ne Ja, geht in die andere Richtung Ja Let's Am besten direkt in der Palette drinnen liegen Achso Nicht in der Mitte, genau Der hätt sich direkt umklatschen können Der andere macht es bei der Palette gerade Generator Ja Das reicht nicht, Jungs Das reicht eh nicht Ich bleib bei mir in der Nähe Ich kann man sich echt sparen An die Scheiße Kacke ey Voll angeschlichen, die Drecksau Ja Schleib bei mir in der Nähe Ich seh ihn nicht mehr Ich hab ihn verloren Ja, aber der ist noch irgendwo Ah, der steht vor mir Okay Warte, bist du aus? Ja Warte, sucht alles Ist okay Warte, bis der auf seinen Modus da kommt Scheiße Ja, der kämmt So ein Affe ey Jetzt ist er runter wieder Mhm Der andere Wacht ist grad Ist gleich mit dem nächsten Generator fertig Perfekt Der Mann, der ist immer noch da hinten, ne? Und Lungen hat da rum Ja, er ist immer genau vor mir Ja, er ist immer genau vor mir Er ist genau vor mir noch Jetzt hat er den Generator angeschaut, wo es andere war Aber er geht nicht weg Er steht hinten in der Ecke rum Ne, der kämmt die Sau Was ist das denn für ein Ekliger? Ich glaube, anderen könnte er auch vergessen Er kommt zu dir an Er kommt zu dir an Ja, hab ich gesehen, ja, ja Ah, das war dämlich Was ist das Problem? Der Mate könnte jetzt retten Der Mate könnte jetzt retten Ja, er kommt auch Er kommt Er macht Ne, er checkt Er versteckt sich Er checkt sich Ich geh wieder zurück Ja, das bringt nix Ja, das bringt nix Komm jetzt Ich komme Kuh Ja, komm Ja, komm Er ist ausgehakt Er kommt aber, pass auf Ja, lauf, Arnold, lauf, 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 lauf Lauf, schnell hier rüber, ey Dahinten war ich hab ihn gesehen Ich heil mich mal schnell Bis jetzt Ach, hier drüben wurden Haken sabotiert Das ist sehr schön Alter, was hast du denn für einen kranken Verbandskasten? Lila, Mann Na, da hast du ja Kisten gezogen Wenn du den da rausziehst und nimmst du den mit raus Also wenn du dann flüchtest, hast du den dann im Inventar, oder was? Den hab ich dann im Inventar, ja Ja, das ist voll geil Ah, okay Deswegen will ich hier unbedingt entkommen, Mann Come on Lassen wir uns hier auf jeden Fall Adi, mach die Dinger fertig, Mann Ja, ja, ich heil grad hier die Mech Sehr gut Sind dann im Gen dran Da hinten ist er wieder Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen Bist du immer noch drüben auf der anderen Seite? Weiter Adi Er ist bei mir in der Nähe Du bist noch da, wo du am Haken hinkst in der Nähe, oder? Ja, ja, genau dort bin ich und dort ist er auch gerade noch Okay, wir sind jetzt auf der komplett anderen Seite grad Ja, er schleicht immer noch hier rum, der Idiot Mach das Ding zu Ende Ne, 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 weil der noch drüben ist Er steht auf diesem Bagger und schaut dort oben rum Genau, der ist nämlich noch drüben bei Mushroom und das ist noch ein Jail auf 80% Deswegen lungert der da rum Ja, 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 ja Deswegen machen wir den erst fertig und dann machen wir den fertig, damit der nicht so schnell Ah, okay Also wir sind quasi am letzten jetzt Wir haben einen auf 99 und machen jetzt zur letzten Kommt ihr jetzt wieder hierher zu mir, oder wie? Ne, ne, hier drüben Ach so, ihr habt zwei Stück sogar am Laufen, oder was? Ja, einen auf 99, jetzt machen wir den zweiten, ja Alter, dann geh ich gleich mal zu einem Ausgang, würde ich sagen Genau Na, Schleiche Ja Ja, ich heiße ja nicht Pader Was, siehst du den Michael, oder? Ne, ich glaube er ist in eure Richtung gelaufen Okay Ich sehe ihn jetzt hier nicht mehr Oh, scheiße Stein Und wenn du den nicht siehst, kannst du da drüben den Ne, ich bin jetzt, ich bin jetzt schon wieder, ich bin jetzt schon am Ausgang Okay, okay Also ich mach einen fertig Und ready Jetzt den anderen macht den auch gleich fertig Der andere an dem anderen jetzt, ja? Ne, den macht er nicht, ne, ne, ne Ne, die ist bei mir Ey, warum sitzt die denn hier? Keine Ahnung Der ist nicht so spannend bei mir, egal Der ist bei uns, der Michael, der ist bei uns Ja, ja Ach, du kannst drüben den Jen machen, falls du da noch sein solltest Okay, ich renne mal schnell zurück Der ist bei dem anderen Typen Der ist bei dem anderen Typen Dann rennt er hierher? Ja, ja, ja Okay, ich komme auch drüber Wobei, mir dauert es noch eine ganze Weile bis er fertig ist Ne, ich komme auch drüber Ich komme auch drüber Ich beeile mich Ich gucke mal hinter mir Da ist die Luke Ich sehe die Luke hier So, ich bin bei dir Oh Wo ist die Luke? Ach, da vorne Ja, ja, stimmt Jetzt schnell fertig machen Okay Wie sieht's aus bei dem Oh, ich schau mal ganz kurz Geh mach weiter Ich gehe mal zum Ausgang da hinten Mach den direkt auf Ja, der wird immer noch verfolgt Das ist Mac Alter, wie wenig Blutpunkt die Ja, hat Adrenalin Yes Hat Adrenalin, volle Leben Okay Mac ist hier bei uns Okay, ich mach die Türe auf Also, da Dürfte er auch nicht so weit weg sein Ja, theoretisch nicht Adi hat gleich offen Auf zu Adi, lauf zu Adi Lauf zu Adi Lauf zu Adi Ist auf Ja, nice Wo ist da, wo ist die andere? Oder der andere? Müsste auch rauskommen, save Da ist auch die Luke gewesen Komm, wir gehen raus Die Luke Ja, alles klar, komm Geh drauf Yes, ich hab den Sandikas Dann nochmal Der andere kommt auch raus Der andere ist auch Ach ne, der Wieso geht er nicht durch, der Vollidiot Mal kurz schauen Ah, doch, doch Doch, jetzt geht er durch Jetzt geht er durch Jetzt geht er durch Ja, nice Schöne Runde Obwohl ich in den ersten 10 Sekunden gestorben bin Aber Ja, gut Der ist auch schön gecampt So ist das manchmal, ne? Jawoll Eichen verdient Ja, ja Wir sehen uns gleich wieder am nächsten Bis gleich Bis gleich So, Leute Zweine Runde Zurück Am Star Back Zusammen mit den Spackos Ich versuche jetzt mal ein bisschen länger zu überleben Ehrlich gesagt Ich werde mich erstmal ein bisschen zurückhalten Mal gucken, ob das irgendwas bringen sollte Beziehungsweise ob das hier Der Schlüssel zum Erfolg ist Und wir spielen heute gegen die Krankenschwester Fuck Wie man unschwer erkennen kann Und Sie kommt zu mir Und das ist auch online Aber einer ist rausgeflogen Von den Randoms Ah ja schon Deswegen hat sie lange gedauert Mhm Bitte Schau nicht in den Schrank rein, du dumme Kuh Und ich habe wieder die FPS des Todes Ich weiß nicht, was los ist Es scheint wahrscheinlich in meiner Leitung zu liegen Hm Wollt ihr die geile Qualität, schaut ihr lieber mein Video an Nein, natürlich Ich meine, es ist mein erster Generator Ja Ich habe meinen zur Hälfte fast Ich stehe immer noch im Schrank Ich stehe immer noch im Schrank Ich stehe immer noch im Schrank Aber sie ist bei mir Sie ist bei mir Die Krankenschwester Verfolgt ihr dich? Ne Ich stehe im Schrank Oh, es war gerade knapp Jetzt ist sie weg Jetzt ist sie weg Jetzt ist sie weg Bei mir Die untersucht bei mir die Schränke Jetzt habe ich wieder 60 FPS Ich glaube die Map muss erstmal nur laden Irgendwie sowas wird Ich habe den Generator nicht mal richtig angefangen Schon ist er explodiert bei mir So, der Die kommt jetzt bestimmt Unter Premiere Ist bei dir gerade explodiert? Nein, nein, ist das nichts explodiert Nein, nein Sie fährt aber weg von mir Sie ist bei mir Sie ist bei mir Sie ist bei mir Dann weiß ich wo du bist Die fährt weg von dir? Hat die ein Auto? Ja Wie Mario Kart Geil Sie haut wieder ab, hoffe ich Ja Oh ne, sie ist noch da Ich hoffe, dass ich wieder zurückkomme Sie wartet noch drauf Ja, kannst ruhig warten Ja Ich habe meinen Gen gleich fertig Kann es sein, dass es immer länger dauert? Was? Ja, wenn man weniger Spieler ist Ja, ja Ja, das ist wirklich so Ne, ne, ne Also Weniger Spieler am Gen sind Ach so, ich dachte Ich dachte, wenn weniger Spieler mit dabei sind Geh nach hinten Ne, ne, ne Das wäre ja voll gut Okay, sind wir bei mir? Ne, da nicht Oh Gott Adi, ist sie bei dir in der Nähe? Ne, du bist auch still Bei mir ist er auch grad nicht Ich habe Jetzt habe ich bloß einen Herzschlag Aber ich glaube, ich gehe jetzt in die Richtung von dem Gen Kann aber sein, dass sie gleich zu mir kommt Hast du verkackt am Gen oder? Ne, 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 ne Ich bin doch am Gen, da bin ich gleich fertig Okay Zeig mal das Ich bin auch an einem dran Ich weiß aber nicht, wo sie ist, Alter Ich auch nicht Weil ich höre die Ah, die ist in der Werkstatt in der Mitte Da läuft die rum Vater, ich bin bei dir, bist du gleich fertig? Ja, brauchst du nicht kommen, geh weg Okay Ich bin bei einem Bus in der Nähe An dem Gen Der ist, der ist irgendwie fertig Hallo, da geh ich schon mal zum Ausgang Aus? Ja, okay Ich such mal einen Sie kommt zu mir Sie kommt zu mir Sie kommt zu mir Ich hoffe, sie hat mich nicht gesehen Das wäre jetzt mein Tod 50% habe ich Schatz! Fuck, Alter Das ist Wahnsinn Die guckt auch genau in der Ecke nach, wo ich sitze, ey Ich habe mich so versteckt extra Sie kennt dich halt, Junge Bist du schon bei dem Gen? Oh, Pada läuft direkt zu mir, Mann Ach, Gen, äh Was? Sie hat ihn umgehauen Was ist denn für eine Scheiße? Hm Mach den Gen fertig Aber es lässt sich liegen, ne? Damit, damit sie, damit sie, ja sie lässt mich liegen Okay Pada kriegt zurück Ah, die kommt zurück, die kommt zurück Ja, 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 ich habe wieder gedückt Gedückt Sie holt mich, sie holt mich jetzt Mach den Gen erstmal Nice Mach direkt die Tür bei mir auf, hier hinten Okay, ich will gehen Erstmal wie ein Blöder auf uns eh nix bringt Weißt du, schon wieder im Keller, ey Wie oft, ich bin ein richtiges Kellerkind, diese Folie, ey Scheiß, Stefan Ja, jetzt bin ich Bleib wahrscheinlich unten und Campt Ah, ich soll das mal in die Schränke Ja, die Tür ist auf Ah, sie kommt hoch, sie geht hoch Ah, die kommst nicht her Ja, ich komm sofort Aber die wird wahrscheinlich irgendwo in der Nähe campen, damit sie, damit ich nicht ab, damit sie mich nicht zu holen können Sie fährt Sie fährt Sie fährt Sie fährt, ja Die hat ein Auto hier Das war so geil Fuck, sie kommt zurück Sie kommt zurück Sie kommt zurück Sie hat nicht gesehen Nee, 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 warte, verfolgt ihr dich? Ja Sie verfolgt mich Ja, ich will laufen weg Nein, 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 nein Ah, der wird ein Hit Ah, nein, die hat nöt Oh, nö Ja, die braucht nur einen Schlag Was? Das ist so Egal, egal, ich komme Was ist das für ein unfairer Perk, bitte? Ich muss kämpfen Hol' Paar da schnell runter Ja, dafür sterbe ich zwar, aber egal, scheiß drauf Kot Ja, oder so Fuck Alter, nein Das war eigentlich total dumm, das zu machen, aber... What the fuck? Alter, das wird ein Assi-Perk, mach Ja, ja Ich versuche zu flüchten Das ist heftig Ja, das verdient nichts mehr Ich kämpfe bis zum Tor, die lassen sie unterkriegen Aaaaaaah Du bist abgehauen, bist du das? Ja, hör Zeit umgeschlagen Ah, scheiße, hätte ich nicht kämpfen sollen Okay, egal, hau ab, Adi Hau ab Hau ab Hau ab Lauf, 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 sonst wenigstens einer überlebt Versuch rauszukommen Alter, das ist ein scheiß Perk und was sind wir denn? Ja, nö Komm schon Ach, mit down Von der falschen Seite gekocht Ich hab auch noch gekämpft Ich hab auch noch gekämpft Ich halte mich gerade Dann gehe ich raus Dann bin ich nicht Es lohnt sich nicht mehr für mich zu kämpfen, oder? Nee, das habe ich nicht Auch mit dem... Das glaube ich sterbe Alter, das war ne fiese Runde Das war echt süß Aber wir haben es fast geschockt Mit einem Schlag mit der Krankenschwester, Alter Ja, das ist, wenn 5 Chains aktiviert sind, hat die 2 Minuten lang One-Hit Mit einem Schlag Was? Und? 5 Minuten, 2 Minuten, sorry 2 Minuten hat die dann One-Hit 2 Minuten lang, ja Das ist auch schon ziemlich lang Ja, ja Das haben die schon gehört Das war manchmal gespielt, dauerhaft Nice Scheiß Naja Trotzdem auch einige waren gut rumgekriegt Ja dann Danke, Leute, fürs Zuschauen auf jeden Fall Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Das war natürlich das Spiel, aber ich kann es nicht mehr fahren Bis zum nächsten Mal, tschüss Ciao Ciao